Einen Gentest kann ich in allen behördlich dafür zugelassenen Zentren durchführen lassen. Und das sind in Österreich alle Prostatagebszentren, von denen es sehr viele gibt, die dafür entsprechend ausgebildet sind. Eine genetische Untersuchung darf nur nach ausdrücklicher, schriftlicher Zustimmung des Betroffenen erfolgen. Das heißt, eine Aufklärung zuvor ist gesetzlich verpflichtend. Zwischen dem Gespräch und der Untersuchung empfehlen wir immer eine angemessene Bedenkzeit, auch um mit den Familienmitgliedern über die Situation zu besprechen. Alle Informationen über genetische Testungen dürfen weder durch Arbeitgeber oder Versicherungen abgerufen werden, Das heißt, es existiert eine sogenannte Gen-Privatsphäre. Und das ist gesetzlich vorgeschrieben. Das ist gesetzlich vor. Das ist gesetzlich vor. Das ist gesetzlich vor. Wir beten, dass wir die Familienmitgliedern über die Situation zu besprechen. Vielen Dank.